Weiter geht es mit dem Erfolg bzw. mit dem Trophäe kein einziger Kratzer von The Evil Within und um diesen Erfolg bzw. diese Trophäe zu halten, müsst ihr im 12. Kapitel den Bus fahren, ohne einen Gegner totzufahren. Genau, spielt so lange bis ihr zu dieser Stelle kommt, bis ihr wieder in den Bus einsteigt, davor kommen noch viele Gegner und so eine Art kleiner Bosskampf und dann schießt ihr mit so einem Maschinengewehr rum auf so einem Wagen. Auf jeden Fall kommt ihr dann zu dieser Stelle, zu dieser Cutscene, die man leider nicht überspringen kann und ab da müsst ihr dann den Bus steuern. Genau, also es geht relativ schnell, das Problem ist, der letzte Kontrollpunkt ist relativ weit weg, heißt, wenn ihr hier verkackt, dann müsst ihr ein ganzes Stück nochmal spielen. Genau, auf jeden Fall weicht jetzt immer den Gegnern aus, fahrt einfach genau diese Route, die ich jetzt gefahren bin, schaut euch die Route 2-3 mal an, damit ihr dann nicht einmal verkackt und weil das wäre scheiße. Und jo, dann fahrt ihr durch, weicht immer schön aus und dann bekommt ihr den Erfolg bzw. die Trophäe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao!